Der ist immer ein Schwätzle. Herzlich willkommen. Lange ist es her, jetzt haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Aber die, die mich schon länger anschauen, die wissen, dass es bei den Bastelschwaben immer eine Sommerpause gibt. Wir nutzen im Sommer einfach unsere Familienzeit aus. Wir unternehmen viel mit der Familie. Wir fahren viel fort. Wir wollen raus in die Natur und wir wollen natürlich familiär zusammen sein. Basteln ist bei uns immer was, was ab dem Herbst losgeht über den Winter. Ja, ich habe mir eine kleine Liste geschrieben. Es wird ein kurzes Schwätzle, keine Angst, es wird nicht blöd umeinander gelabert. Es gibt ein paar Neuigkeiten, es gibt ein paar Änderungen und die teilen wir jetzt einfach mal mit. In erster Linie soll es mir eigentlich dafür da sein, dass ihr wisst, es gibt uns noch. Meine Frau ist momentan noch nicht da, deshalb mache ich das Schwätzle allein. Aber es gibt uns noch und es werden jetzt wieder Videos kommen. Sommerpause ist vorbei. Draußen fängt der Herbst an und es wird Zeit, mal wieder ein paar Projekte zu machen. Frau hat wieder ganz viele Ideen, die wir vielleicht in Videos mit umsetzen. Da muss man jetzt erst mal gucken, wie es funktioniert. Mir persönlich ein wichtiges Anliegen ist, ich habe in der letzten Saison einen Schleifkurs für Anfänger gemacht. Und da war die Resonanz mehr als schlecht, muss ich sagen. Da war ja auch noch davon die Rede, dass ich eventuell noch mal ein Video dazu mache, wie man Hobelmesser schleift. Und da habe ich auch gesagt, dass ich da erst mal was ausprobieren möchte. Das habe ich auch. Ich habe mir da versucht, selber eine Vorrichtung zu bauen, um ein Maschinenhobelmesser selber zu schleifen auf der Tormec oder auf der Nassschleifmaschine. Ich hätte es mit ganz viel Raffinesse hinbekommen, weil es aber dann zeitlich ein sehr großer Aufwand war, um es doch zu machen. Ich selber, ich habe mir dann den Luxus gegönnt und habe mir die Tormec Schleifvorrichtung gekauft für das Hobelmesser und nehme jetzt einfach die her. Ob ich da eventuell noch mal ein Video dazu mache, wie man das schleift, weiß ich nicht. Weil A, bin ich da selber noch gar nicht so alt fit drin und B, sind da ja von Tormec ausführliche Anleitungen da, wie man es macht. Eventuell fallen mir ein paar Kniffe oder Tricks ein, wo ich hergehe und sage, so können wir es einfacher machen, macht es so. Dann mache ich eventuell noch ein Video dazu. Aber ansonsten ist der Schleifkurs aufgrund von seiner Resonanz eigentlich vorbei. Ich habe vorige Saison angekündigt, dass ich im Sommer über einen Schweißkurs machen möchte. Der ist noch nicht vom Eis. Es ist bloß so gewesen, dass wir im ganzen Sommer über, ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich die Werkstatt überhaupt betreten habe. Und da habe ich dann wahrscheinlich bloß irgendein Werkzeug rausgeholt oder habe irgendwas reingelegt. Also, wie gesagt, der Schweißkurs, der ist noch nicht vom Tisch. Ich habe selber noch zwei größere Projekte, die ich mit viel Schweißarbeit zu machen habe am Haus. Wenn ich die mache, werde ich da stellenweise mal die Kamera mitlaufen lassen und werde ein paar Sachen dazu sagen. Aber der Schweißkurs, der kommt noch. Ich habe voriges Jahr gesagt, ich baue mir einen Bandschleifer selber. Und den habe ich auch angefangen zum Bauen. Der steht da unten drin und ist momentan gut verpackt. Den habe ich angefangen. Und dann ist die Sommerpause gekommen und dann habe ich es einfach auf Eis gelegt. Der wird jetzt weitergebaut. Und dann kommt natürlich auch das Video dazu. Ich habe mir ja zur vorigen Saison, habe ich mir ja neue Maschinen gekauft. Die Tischkreissäge, also die kleine Formatkreissäge und die Tischfräse. Und da ist jetzt die erste Saison vorbei und ich habe zum Ende der Saison gemerkt, dass sich bei der Tischkreissäge zum Beispiel der Schiebeschlitten etwas verstellt hat. Dass die Winkel mal nachgestellt gehören, vielleicht die Führungen auch mal ein bisschen kontrolliert können. All das werde ich jetzt einmal an der Tischkreissäge machen. Da werde ich euch ein paar Videos mitnehmen. Dann könnt ihr euch das einmal selber mit anschauen. Ich kontrolliere meine Auflagen, ich kontrolliere meine Winkeleinstellungen. Ich kontrolliere es einfach mal durch. Da werde ich ein kurzes Video dazu machen. Und im Nachhinein werde ich dann wahrscheinlich vielleicht auch noch ein kleines bisschen was zu der Säge sagen. Was mich an der Säge begeistert hat, was mich gergert hat. Habe mich was gergert? Okay, gergert wäre jetzt übertrieben. Ich werde ein ganz kleines Fazit nach einem Jahr Arbeit mit der Säge abgeben. Und werde dann einfach einmal was dazu sagen. An der Tischfräse selber habe ich relativ wenig gemacht. Die werde ich zwar auch mal noch mal einstellen und nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Ob ich da ein Video dazu mache, weiß ich nicht. Aber das werden wir dann einfach mal sehen. Ich habe ja in der vorigen Saison habe ich immer so einen kleinen blauen Extenderschleifer von Ekermann gehabt. Mit dem Extenderschleifer hat von Anfang an irgendwas nicht gestimmt. Und ich habe da immer Probleme mit der Vibration gehabt bei dem Gerät. Kann einmal vorkommen, kann mal passieren. Ich habe dann das Gerät auch beim Maschinenhandel Mayer reklamiert und habe das auch eingeschickt und habe das zurückgegeben. Jetzt ist es natürlich leider, wie es weltweit momentan ist, das Problem mit diesen Lieferengpässen. Die haben auf Biegen und Brechen kein neues Gerät hergebracht und das all die konnten sie oder wollten sie oder hat sich nicht rentiert zu reparieren. Schlicht um, man hat das Gerät beim Maschinenhandel Mayer zurückgegeben. Und auch da muss ich an der Maschinenhandel Mayer mal ein ganz großes Lob aussprechen. Servicetechnisch ist das perfekt abgelaufen. Also so stelle ich mir Kundenservice vor. An der Stelle mal ein ganz großes Lob an Maschinenhandel Mayer. Auch wenn ich immer wieder E-Mails und Nachrichten bekomme, wie schlecht angebig der Maschinenhandel Mayer ist. Ich kann hier nur das wiedergeben, wie ich mit ihm klarkomme. Ich habe mir, den hole ich mal kurz. Ich habe mir dann einen neuen Extenderschleifer gekauft. Ein Riesenteil. Der hat aber echt ein paar Raffinessen drin, die echt klasse sind. Und da mache ich auf jeden Fall mal ein Video drüber, weil bei dem Extenderschleifer, der hat echt ein paar Tricks drauf, die sich echt rentieren und die sich auch mal genannt gehören. Weil für das Geld, was der kostet hat, ist das echt ein toller Schleifer. Tja, was kommt nun? Ich habe noch ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ich habe mir eine Drechselbank gekauft. Die ist noch nicht da, aber die habe ich gekauft und die kommt noch. Eine ganz kleine, weil was Großes möchte ich sowieso nicht drechseln. Und das Drechseln wird bei mir in einem ganz anderen Bereich stattfinden. Deswegen brauche ich ja keine größere Drechselbank. Noch nicht. Jeder sagt immer, fangen wir mit einer Kleinen an. Die Groß werden die von alleine. Aber ich habe da nicht vor, dass ich irgendwas Großes drechsel, sondern es ist bei mir ein ganz anderer Hintergrund. Ich war da vor einigen Jahren nochmal beim Maschinenhandel Meier oben und habe da praktisch mal so bei ihm oben so einen Crashkurs gemacht im Drechseln. Da gibt es ein Video davon. Und da muss ich sagen, da hat mich das Fieber schon damals angesteckt. Also das Drechseln, das war für mich was Wunderschönes. Das war was wirklich Tolles. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt habe ich mich durchgerungen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt was drechseln. Oder wir haben ein paar Projekte im Hinterkopf, wo man was dazu drechseln möchte oder machen möchte. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir kaufen unsere Drechselbank. An der Stelle kommt auch mal eine Frage an euch. Sollte irgendjemand aus meiner Gegend kommen und Lust haben, mir das Drechseln zu lernen? Ich bin gerne bereit dazu, mich als Lehrling zur Verfügung zu stellen. Weil ich habe bis auf das, was ich da beim Maschinenhandel Meier mal so als Crashkurs mal bekommen habe von Drechseln, keine Ahnung. Und ich würde mich freuen, wenn irgendjemand da wäre und sagt, hey, ich kann drechseln. Ich würde es dir zeigen, wenn du Lust hast. Wir können es mit einem Video machen, wir können es ohne Video machen. Ich kann es bei ihm machen, er bei mir. Es ist mir egal. Also wenn jemand Lust und Laune hat, mir das Drechseln zu lernen, ich freue mich über jede Nachricht. Ja, aber es kommt noch alles. Wie gesagt, ich habe jetzt so ziemlich alles gesagt. Der Saisonstart ist eingeläutet. Es wird losgehen. Gibt es mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt praktisch so, ja, ich hätte beinahe gesagt, so der erste Tag in der Werkstatt. Wir fangen jetzt erst an. Wir müssen die Werkstatt noch ein bisschen aufräumen. Wir müssen noch alles ein bisschen herrichten. Und wir haben noch privat ein paar Sachen zu machen. Aber ich denke mir, dass schon bald die ersten Videos kommen werden. Und bis dahin verbleibe ich euer Bastelschwabe. Auch im Namen meiner Frau grüße ich euch. Die freut sich genauso wie ich. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Projekten. Und somit sage ich Tschüss. Wir sehen uns dann bei den nächsten Projekten. 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 Wir sehen uns dann bei den Projekten. Wir sehen uns dann bei den Projekten. Untertitelung des ZDF, 2020